Hallo Freunde und herzlich Willkommen zu einer Runde Mount & Blade 2 Bannerlord. Wir spielen jetzt einmal die restliche Mainstream der Runde. Aber wir machen jetzt keine Kampagne, sondern einfach nur zum Ausprobieren ein paar Customs Battles. Da ich mich mit der Kampagne noch nicht so wirklich kapiere, wie ich das mache. Wie spielen wir denn? Wir hätten gerne... Was sind wir denn? Empire hört sich schön an. Empire und wir sind... Oh, wen sind wir denn? Gib mir einen Bogen und ich bin happy. Der eine wenige Sachen mit dem ich wirklich... Ich komme wieder aus. Der schaut doch mir so gut aus. Dann nehme ich den hier. Nehmen wir mal als Attacker oder... Affiliate hier, die komische, ne? Army Size. Ach komm! Rauf mit den... Season Summer, was machen wir denn? Battle, Village, Siege. Oha! Siege Tower. Battling Ram. Siege Tower. Trebuchet. 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 Ich habe absolut keinen Plan, was ich mache, ne? Trebuchet. Wir machen ein paar Feuerkatapulte noch. Und in der Mitte zwei Feuerballistas, eventuell. Wir sind voll aufgestellt. Leiter Seite. Leiter Seite. Leiter Seite. Jetzt bin ich nicht. Commander. Und ich würde sagen, wir haben so... Null von euch. Wir lassen euch. So ungefähr. Feier. Euch machen wir jetzt. Ihr verteidigt euch jetzt mal. Deswegen würde ich es unangenehm machen mit ganz vielen Pfeilen. Hehehe. Oh. Keine Ahnung. Entscheid selber. Spiel. Sequence Level 3. Wall Hit Points. 1500... 100 Stück. Probieren wir es mal, oder? Also, let's go! Oh! Ich bin erstanden über die Framerate. Ah, das war nur das Menü. Ich muss jetzt nicht einfach noch überlegen, was wir nach Planet zubringen. Das ist jetzt so gerade die Sache. Da bin ich noch beim Überlegen. Und vor allem noch ein bisschen vielleicht das Upload-System umstellen, ne? Ah, da muss ich noch gucken, wie ich das genau mache. Wenn ich immer 3, 2 Wechsel mache und dann eine Folge random... Das wären 6 folgende Woche, wäre auch nicht schlecht. Oha! Kann ich hier was machen? Was mache ich hier? Okay. Sind meine Reiter, kann das sein? Ach du Scheiße. Äh... Kann ich euch irgendwo... F3 Shield Wall. Aber ich würde gerne, dass ihr das hier... Guck mal, wir haben hier so ein schönes Trebuchet. Ach guck mal, ich kann mich auch bewegen. Gut zu wissen. Äh... Ne, dann würde ich euch aber weiter hinten starten. Warum schaut ihr eigentlich nach da? Äh... Nein, nicht da lang! So. Oh Scheiße, das war falsch. Äh... F1. Und dann machen wir... Ist doch keine Cavalry. F5. Ne, warte mal. 3. Und F5. 3. Geht nicht, hm. Aber wie kann ich jetzt zum Beispiel der 1 sagen? Oder müsste ich dafür Beginn machen hier? Holy Shit, es leckt! Holy Shit! Oh, unangenehm! Kann ich das Teil hier benutzen vielleicht? Trebuchet, warte mal. Use! Oh Shit! Da fliegt was! Use! Ah, okay. Zurück! Ich weiß gar nicht, wo wir hingeschossen haben. Das ist immer die andere Sache, ne? Ich würde mal sagen... Feuer? Ich kann irgendwie nicht feuern, kann es sein? Muss ich irgendeine spezielle Tasche drücken? Jungs! Jetzt macht doch mal was hier! Ja, das war schlau, Jungs! Wie geht denn das? Äh... Effuse! Effuse! Ja, wir müssen runtersetzen. Wir haben gerade eben geschossen. Hä? Ah, scheiß drauf. Macht ihr das mal, Jungs! Äh... Ich geh nach vorne. Wo ist das Katapult? Wo sind die Katapulte eigentlich? Oder muss man erst hier... Oh! Wir müssen erst Pick-up machen. Ja, sag mir das doch einer, dass ich das auch noch per Hand machen muss! Eieiei! Dann wieder hochscalen und Feuer! Wo fliegt denn das Teil? Oh, ich glaube, das fliegt ein bisschen zu weit! Mach dir das mal selber! Ich halte mich da mal kurz draußen! Na, tschüss! Aua! Das tat weh! Okay! So, ich probier mich mal mit dem Bogen schießen! Oh! Oh! Wie was treffest du die Frage? Das war nicht so genau! Ah! Ich schieße auch zu tief! Warte mal! Nach vorne, Jungs! Oh! Ich schieße mich! Headshot! Das ist auch mal ein Headdy hier! Alter, die sind gut gepolster! Toller, die Waldfee! Ich muss sagen, dafür, dass es tausend Spiele auf dem Schlachtfeld angeblich sind! Das ist ganz gut! Boink! Gib den! Oh! 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 Performance Test! Fehlgeschlagen! Performance Test! Fehlgeschlagen! Merkt ihr es? Und neben dem, dass ich überhaupt kein Damage irgendwie austeile! Ehe! Okay! Jetzt legt es nicht mehr! Schaut es mit der Ramme aus, Jungs! Schauen wir es denn da rein! Oh! Was war das denn? Oh! Oh! Ich probier's mal, ne? Lass mich mal kurz lunsten. Huhu. Nein! Lass dich in Frieden. Geh weg! Au, au. Ja, so ist fein. Nein, aua. Schießt nicht auf mich! Mach den um, fertig. Hey, das muss mir doch positive Bilanz hin. Nehmen wir den, dass ich Pfeile hin und rückenkriege. Ich lebe noch. Alter, der Wickelanzeige. Holy shit, die geht ab. Lass mich wieder runter. Ich muss irgendwo hin, wo ich sicherer bin. Ah, ah, ah. Wie schaut's mit unserem Trebuchet aus? Warum lauft ihr zurück, Jungs? Rein da. Boah, Headshot. Headshot. Aua, ne, lass das. Nicht auf mich schießen. Ich darf nur schießen auf Leute. So schaut's dir aus. Aua, aua, aua. Ich muss den Head treffen. Die halten die Tür, das ist uncool. Oh, 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 oh. Das war... Das war ein Treffer, aua. Muss der Rest der Einheiten eigentlich. Oh, die fliehen. Au, au. Okay, viele Bogenschützen halten eine Festung sehr, sehr gut. Und das war gleich erst die erste Stufe, oder? Hast du hier noch eine Mauer? Alter, da sind ja Treppen über Treppen. Und hier fliegt was. Holy... Okay. Ja, wir sagen es mal so. Da sind aber viele gestorben. Also, da sind auch nicht unbedingt so wenige gestorben in dem Fall. Hier bei denen. Wo sind eigentlich meine ganzen Toten? Sind die alle despawned? Scheint so, ne? Es wäre vielleicht vorne... Hier vorne hätte ich wahrscheinlich... Anstatt der Trebuchets... Wie ist eigentlich das eine kaputt gegangen? Hätte ich hier Katapulte hinstellen sollen. Oder... Dinger. Wie heißt es denn? Attack... Wir haben 400 verloren. Alter, ist das unangenehm. Und 278 sind bei denen gestorben. Also, sie haben auch über die Hälfte verloren. Ja... Kann man sehen, wie man will. Ist nicht so gut gelaufen. Ich würde ja sagen, in der nächsten Folge machen wir so was anderes. Ich habe euch gefallen. Wenn ihr da seid, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao! Alles lasst uns. Habt ihrpas! Outro